Ihr müsst doch jetzt nicht enttäuscht sein, wir werden nicht nur Equivalent Exchange machen, denn ich brauche... Jetzt haben wir 1900, ist ja fantastisch. Wir sind reicher als ich dachte. Also wir brauchen ja durchaus noch ein bisschen... ein bisschen Infrastruktur, um das Zeug hier zu craften. Also es bleibt nicht dabei. Was wir auch brauchen, ist Niter oder Salpeter. Und Niter bekam man im Messerator mit Smooth Sandstone. Okay, wir haben ziemlich viel Sand. Das ist ja schon mal schön. Wir wollen einen Cyclic Assembler bauen. So, der wird für uns das Zeug craften. Oh, guckt mal. Da ist unser erstes Ding ins Voll. Es ist rot, weil es mit den Bytes und mit den Typen voll ist. Da passt nichts mehr rein. Egal was. Also einen Cyclic Assembler wollen wir bauen. Dann bauen wir erstmal einen Tin Gear und dann bauen wir hier den Machine Frame. Und dann brauchen wir noch zwei Tin Gears. Habe ich zwei gebaut? Egal, ich brauche einfach noch eins. Dann brauchen wir zwei Copper Gears und eine Redstone Reception Coil. Und dann brauchen wir noch eine Chist. Gut, da ist der Cyclic Assembler. Und dann brauchen wir noch irgendetwas... Blueprint, nee, ein Template. Schematic. Genau, wir brauchen noch ein Schematic. Ja, wir haben kein Papier. Wie kann das denn sein? Haben wir denn... Warum haben wir denn... Hallo? Wir haben keine Sugar Canes. Okay. Haben wir denn ein Buch? Da kann man die Seiten rausreißen. Auch nicht. Gut. Wir brauchen jedenfalls ein bisschen Lappes. Das ist kein Problem. Dann müssen wir mal kurz rausgehen. Gucken, ob hier irgendwo... Also hier sind bestimmt irgendwo Sugar Canes. Das kann eigentlich nicht sein. Und wo müssen wir jetzt Sugar Canes herbekommen? Um dieses Schematic zu bauen. Da können wir dann ein Rezept reinsetzen, das der Cyclic Assembler craften soll. Mir fällt aber gerade ein, wir brauchen zwei Cyclic Assembler. Also muss ich sowieso noch einen bauen. Komisch, warum ist denn hier kein... Kein Sugar Cane da? Okay, hoffen wir mal, dass es für genug Papier reicht. Weil wir zumindest zwei Schematics bauen müssen. Wir haben aber sieben. Das genügt. Wir haben mal in den Hover Modus hier. Und da haben wir... Genug, bin ich der Meinung. Genau. Ein Blank Schematic. Und ja, dann brauchen wir natürlich noch eins. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, dass wir noch eins brauchen. Also. Wir werden ein Cyclic Assembler damit beauftragen, unsere 1200 Sand Blocks, die wir haben, zu normalen Sandstone zusammen zu craften. Und dann bauen wir noch einen zweiten Cyclic Assembler direkt daneben, der die Sandstone in Smooth Sandstone craften wird. Und dann bauen wir daneben einen Pulverizer, der das zu Niter verarbeiten wird. Jetzt gucken wir erstmal nochmal, ob das im Niter die bessere Methode ist als... Ja, siehe, im Pulverizer bekommt man mit 50%iger Chance Niter. Und man bekommt sogar wieder Sand heraus. Das heißt, man kann da einen Kreislauf laufen lassen. Wir brauchen vier Sand, um einen Sandstone zu craften. Und wir bekommen zwei heraus. Das heißt, man kann es mindestens viermal durchlaufen lassen, wenn man genug hat. Das ist cool. Also mit 50%iger Chance. In der Sag Mill bekam man es nur mit 15%iger Chance. Also. Ähm. Der Pulverizer ist hier tatsächlich die bessere Wahl. Erstmal brauchen wir hier nochmal einen Lepis. Und bauen noch ein Schematic. Und dann müssen wir die Sache mit dem Cyclic Assembler nochmal machen. Also erstmal eins, zwei, drei Tin Gears. Ach, Quatsch. Dann brauchen wir zwei Copper Gears. Und eine Redstone Reception Coil. Das ist cool, wenn das erstmal so läuft und wenn man die ganzen Materialien hat, dann ist es ziemlich cool, wie man hier einfach so die Maschinen craften kann. Oder allzu große Probleme. So, da ist der zweite Cyclic Assembler. Und dann brauchen wir noch einen Pulverizer. Den haben wir tatsächlich noch gar nicht gebaut. Weil wir hier ja auf Sag Mill gegangen sind. Und dann sind wir auf... Auf, ähm... Immersive Engineering gegangen. Und von daher sind wir nie in den Genuss aus dieser normalen Thermal Expansion Maschinen gekommen. Was eigentlich betrüblich ist, wenn man so will. Was ist ja jetzt los? Ich hab kein Cobblestone? Wie kann das denn sein? Okay. Machen wir uns mal vier Cobblestone. Verstehe ich gar nicht. Wie kann das sein, dass wir kein Cobblestone haben? Na gut. Es soll wohl ein Rätsel bleiben. Und es kann von mir aus auch ein Rätsel bleiben. Auf jeden Fall hatten wir kein Cobblestone. So, da ist der Piston. Und wir haben auch... Kein Flint. Weil das wird immer automatisch exportiert. Das ist aber kein Problem. Äh, nee. Das kann weg und das kann weg. Und da ist der Pulverizer. Okay. Dann brauchen wir nur noch einen... Exportbus. Den haben wir natürlich nicht mehr. Dann gucken wir mal. Was brauchen wir dann? Ein ME-Exportbus. Gucken wir mal. Äh, haben wir nicht. Formation Core. Äh, haben wir nicht. Ein Fluix Dust und ein Logic Processor. Okay, aber Fluix haben wir hier. So, machen wir mal nur einen. Das genügt. Äh... Machen wir mal da? Ne. Da rein. Und dann brauchen wir ein bisschen Gold für den Logic Processor. Sehr gut. Der Logic Processor ist da. Und... Da ist der Formation Core. Und noch ein Piston. Ich... Mann. Ich bin verwirrt, warum wir kein Cobblestone haben. Ich muss ja mit dem Cobblestone irgendwas angefangen haben. Denn wir hatten ja Cobblestone. Na natürlich, ich hab die Cobblestone immer zu Furnaces verkraftet und sie dann... Okay. Ich hab mich um Cobblestone selber gekümmert. Und scheinbar ging es beim letzten Mal Furnace Craften so perfekt auf, dass nichts mehr übrig geblieben ist. Ist ja nicht wahr. Wir haben ganz wenig Glass Cable. Das ist nicht gut. Äh... Gucken wir mal hier. Oh. Das ist aber schon recht ordentlich jetzt. 17. Ich würde am liebsten vom MI... Ne. Vom MI Controller aus runtergehen. Damit wir hier keine Probleme mit Channels bekommen. Gucken wir mal, inwieweit das funktioniert. Inwieweit ich genug Kabel habe. Aber das sieht fast so aus, als wäre da nicht so viel... Ach, das ist recht viel. Ne. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. So. Hier gehen wir lang. Und... Dann da. Dann würde ich am liebsten hier direkt in der Ecke machen. Was ist das denn? Seit wann verbindet... Bäh? Warum verbindet sich das? Ne. Das macht man nicht hier. Machen wir den Conduit Connector. Macht den mal disabled. Am Ende passiert da noch irgendwas. Was weiß ich, was da passieren könnte. Und dann geht irgendwas tierisch schief. Und ich wundere mich, was da los ist. Und... Verstehe die Welt nicht mehr. Also nein, das wollen wir nicht. So... Das... Könnte reichen? Ja. Das reicht. Wir müssen nur die Torch irgendwo anders platzieren. Ne, müssen wir nicht. Aha. Weil nur die Ecke nicht beleuchtet ist. Das bedeutet, da können wir einfach unsere Maschine hinstellen. Also ein Cyclic Assembler. Noch ein Cyclic Assembler. Und ein Pulp Riser. So, der Cyclic Assembler bekommt jetzt erstmal den Export Buster oben rein. Und das letzte Fluix Cable. Wunderbar. Unglaublich, dass es genau so hingehauen hat. Kann ich ja gar nicht fassen. Okay. Also der Cyclic Assembler hat oben sein Input. Und er soll rechts sein Output haben. Wir machen mal die anderen weg. Damit er nicht irgendwie verwirrt wird. Der hat links sein Input. So. Und rechts sein Output. Und der hat links sein Input. Und dann von mir aus rechts sein Output. So, aber auf orange. Okay, gut. Jetzt müssen wir hier definieren. Jetzt brauchen wir erst einmal ein bisschen Sand. So. Das tun wir mal alles weg hier. Das brauchen wir nicht mehr. Okay. So. Cyclic Assembler. Du sollst mir die Schematic. So. Müssen wir kurz noch den auf Items ausmachen. Da machen wir jetzt einmal. Ne. Da brauchen wir ja nur vier. So. Der soll das jetzt erstmal so craften. Ähm. Wo lege ich denn jetzt das Schematic hin? Da hin. Genau. So. Der soll das craften. Vier Sand zu einem Sandstone. Okay. Und jetzt können wir dem ME-Export-Bus sagen, er soll Sand hierhin exportieren. Und dann müsste ja eigentlich Sand exportiert werden. Ha. Device Offline. Oh, hier steht Device Offline. Das ist nicht gut. Warum ist denn da Device Offline? Irgendwas haut hier nicht hin? Hm. Ich weiß nicht. Irgendwo ist es nicht verbunden. Oh. Da fehlt was. Warum fehlt denn da was? Da fehlt ein Fluix Cable. Das ist ja nicht wahr. Habe ich das jetzt... Habe ich das aus Versehen abgebaut? Ist das noch da? Oder habe ich tatsächlich keins mehr? Ich habe keins mehr. Ähm. Okay. Also. Fluix Cable müssen wir craften. Wir haben aber kein Fluix Crystal mehr. Charged Sirtis Quartz, Nether Quartz, Redstone. Also ein Sirtis Quartz, Redstone und ein Nether Quartz. Und jetzt müssen wir den noch chargen. Okay. Ist kein Problem. Wir haben ja vorhin ein Fluix Crystal in ein Fluix Dust zerpulvert. Und genau da ist jetzt der letzte Crystal, den ich jetzt eigentlich bräuchte. So ein blöder Mist. Gut. Fertig. Gehen wir raus. Schmeißen das hier kurz in den Acreous Accumulator rein. Oder an irgendeine Wasserquelle. Oder an irgendeine Wasserquelle. Und da kriegen wir sogar zwei raus. Ist das nicht eine Freude? Und jetzt können wir hier... Na was jetzt? Da. Da ist es. Das heißt nicht Fluix Cable. Das heißt Cable Fluix. Natürlich. Warum auch nicht? So. Jetzt haben wir hier jedenfalls vier Stück. Das ist mehr als wir brauchen. Und jetzt können wir das hier verbinden. Und damit müsste jetzt eigentlich unser Sandbestand hier tierisch in die Knie gehen. Jawohl. Sehen wir auch. Recht langsam. Aber das kommt glaube ich noch. So. Was wir aber auch da unten brauchen ist auf jeden Fall Strom. Da haben wir Ender Energy Conduits. Nicht so viele. Aber wir hoffen mal, dass das reicht. Wo habe ich denn überhaupt Strom? Wo kann ich denn hingehen? Weil hier unten ist kein Strom. Hm. Machen wir denn das? Haben wir dann noch andere Conduits? Das wäre eigentlich ganz schön, wenn ich da ein Conduit setzen könnte. Wir haben einen Mi Conduit. Ja. Moment. Ich weiß jetzt gar nicht, ob mir das gerade hilft. Es könnte sein, dass mir das nicht hilft. Nee. Das hilft mir tatsächlich nicht. Ich will die Energy Conduits eigentlich von oben machen. Aber dann kann ich den... Exportbuster nicht mehr setzen. Das gleiche Problem hatten wir schon mal. So. Der exportiert hier ziemlich schnell, wie wir sehen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Können wir uns gleich ein bisschen Sand nehmen, um den nächsten Cyclic Assembler zu definieren. Der soll... Ach nein, Quatsch. Nicht Sand. Soll er ja gar nicht machen. Okay, ignoriert, was ich gesagt habe. Also. Wir brauchen hier unten Strom. Und wir schließen die jetzt einfach mal von vorne an. So. Das sind Maschinen. An die müssen wir nicht ran. Von daher kann das eigentlich ruhig so bleiben. So. Da ist der Strom. Da ist... Aber wenn wir da hingucken... Also der Strom wäre auch von außerhalb. Das finden wir doof. Äh. Der hier hat keinen Strom. Das ist der Reaktor Output. Den wollen wir auch nicht. Von da können wir den Strom nehmen. Ja. Da haben wir auch noch Platz. So. Von hier. Ohne, dass es sich verbindet. Ansonsten haben wir Input und Output miteinander verbunden. Das wollen wir nicht. Nehmen wir einfach mal von da den Strom. Okay. Das ist in Ordnung. Hoffen wir mal, dass es reicht. Ansonsten muss ich Ender Energy Conduits bauen. Das ist auch nervig. Warum... Habe ich hier eigentlich... Keine kabellose Stromversorgung? Sowas gibt's gar nicht. Schade, dass es sowas nicht gibt. Das ist eigentlich eine Schande. Also, jetzt nicht ein Tesseract oder so, sondern eine... Eine kabellose Stromversorgung. Etwas, was meine Basis mit Strom versorgt. Und alle Maschinen, die in der Gegend sind, werden mit Strom versorgt. Na gut, wenn man jetzt das neue Minecraft spielt. Das ist, glaube ich, Extra Utilities. Da gibt es dann diese Grid Power. Und das ist tatsächlich Chunk-basiert mit dem Strom. Da gibt es keine Stromkabel mehr. Aber das ist ja nur was ganz anderes. Also. Ender Energy Conduit. Bam. Was brauchen wir da? Vibrant Alloy. Okay. Haben wir denn vielleicht... Energetic Alloy? Ne, auch nicht. Also dann bitte. Machen wir mal... Neun. So. Gold und Redstone neun Stück. Da müssen wir jetzt wieder über Energetic Alloy gehen. Und es dann mit Ender Pulse infusionieren. Infusion kann man immer so schön sagen, aber irgendwie nicht auf Deutsch. Ender Pulse brauche ich. Neun Stück. Haben wir genug EMC für. Kein Problem. Gut. Also alles rein hier in den Alloy Smelter und... Ähm... Den Alloy Smelter, habe ich gesagt. Und dann machen wir uns ein paar Ingots. So, jetzt müssten wir eigentlich schon genug haben für... Na ja, noch nicht ganz. Für ein Rezept. Da haben wir genug. Ich glaube, das reicht sogar. Mit den acht. Damit müsste ich eigentlich die Wand hier runterkommen. Gucken wir mal, ob das genügt. Ja. Könnte wieder knapp werden, aber das reicht. Okay. Die haben jetzt Strom und dafür arbeitet er wie wild. Und der exportiert den Sandstone hier rein. Gut. Dann können wir gleich den Sandstone hier nehmen. Sagen, er soll ihn zu Smooth Sandstone craften. Und bam. Und jetzt zerkraftet der das in Smooth Sandstone. Und exportiert das in den Pulverizer. Und da haben wir schon unser erstes Snyder. Also ganz wunderbar. Das funktioniert. Wir machen mal den Output nach oben. Und dann gehen wir hier mit unseren letzten MI Conduit. Nee, Quatsch. Ja doch, machen wir so. Wir gehen da hin. Und dann bauen wir uns noch einen Import Bus. So, den können wir uns vielleicht sogar sofort leisten. Müssen wir mal gucken. Ein Import Bus. Ach nee, da braucht man natürlich den anderen Core. Aber wir haben ein... Wie geil ist das denn? Dann können wir das alles importieren. Und dann wird unser Niter ganz schnell mehr werden. Wir wollen aber... Also wir wollen, dass nur Niter importiert wird. Also werden wir dem einen kleinen Filter geben. Äh... Dann machen wir das anders. Dann machen wir oben... Machen wir gelb. Dann kann er nur Niter importieren. So, der wird jetzt Niter importieren. Da sehen wir, wie es weniger wird. Also, ja. Es wird weniger. Und der Sand hier... Den wollen wir nach rechts outputten. So. Und den werden wir dann in den Cycling Assembler wieder zurückgeben. Über ein paar Conduits. Und das machen wir am besten von vorne. Ähm... Ach nee, vorne kann man gar keinen Input machen. Ach guck mal, der bekommt keinen Sand mehr. Wir haben schon alles an Sand verarbeitet, glaube ich. Donnerwetter. Kann das sein? Das gibt's ja gar nicht. Ähm... Ich müsste den Sand eigentlich in den wieder reingeben. Aber das ist echt knifflig jetzt. Wir werden das mal mit dem Strom... Können wir das mit dem Strom überhaupt anders machen? Habe ich denn überhaupt noch ein Fluix-Cable übrig? Wenn ich noch ein Fluix-Cable übrig habe, dann geht das vielleicht auch. Ja, haben wir. Wir haben auch Item-Conduits. Und wir haben MI-Conduits. Und wir haben noch ein paar Ender-Energy-Conduits. Und dann gucken wir mal, ob wir noch mehr craften können. Jawohl. Gut, ich glaube, mit diesen Mitteln bekomme ich das anders aufgebaut da unten. Wir werden das mal nochmal versuchen. Denn ich möchte das hier... Den Cycling Assembler, den möchte ich verschieben. Ich möchte, dass der ein Block weiter rechts steht. So, und das machen wir natürlich mit allen Maschinen. Und dann habe ich nämlich mehr Platz. Genau. So, das machen wir erstmal alles weg hier. Und der erste Cyclic Assembler kommt dahin. Der nächste Cyclic Assembler kommt dahin. Und da der Pulverizer. So sind sogar genau die gleichen Stellen wie vorher. Okay. Dann. Wollen wir. Warte mal. Das Ender-Energy-Conduit nehmen wir. Und tun es dahin. So, was der hier rausgibt, wollen wir wieder reintun. In den ersten Cyclic Assembler. Das heißt, wir machen einfach links auch einen Input. Genau. Und dann gehen wir hier rum. Wir machen da auch einen Input. Hier machen wir einen doppelten Strang. Und dann machen wir so. Und der kann sein Output haben. Vollautomatisch. Immer aktiv. Und da machen wir den Input. Und dann haben wir hier einen endlosen Kreislauf. Und dann kommt das dahin. Und das dahin. Dann haben wir den Import-Bus dort. Und den Export-Bus dort. Den Export-Bus kommt Sand. Den bekommst du wieder. Und einmal Sandstone craften. Da rein. Und nee, Sandstone bekommst du nicht. Sondern noch ein bisschen Sand. Und das ist alles Sandstone hier. Sandstone, Sandstone. Äh, Sandstone. Und das Schematic. Okay, und du bekommst noch Smooth Sandstone. Verdammter Mist. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Jetzt habe ich hier Smooth Sandstone im Inventar und werde ihn nicht los. Aber gut, egal. Was wir hier an Sand haben, geht zurück in diesen Cyclic-Assembler. Wir sehen, es wird mehr. Obwohl in unserem MI-System nichts mehr drin ist. Da bekommen wir jedes Mal zwei wieder raus, wenn der hier einen verarbeitet hat. Also die Hälfte. Und dann kann es hier wieder durchgehen. Und damit werden wir ziemlich viel Neid da bekommen. Das könnt ihr mir jetzt einfach mal glauben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.